Hey Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 3 auf, äh, ne, was war das? Boah, ich muss mal ein bisschen Spielsauce Wir nehmen wieder aus beiden Perspektiven auf So, jetzt schon besser, da war der Battlefield Sound mein Tschüss Leute, wir könnten mich mal halt am Arsch lecken Ich hab das Gefühl, die Maus hat sich irgendwie wieder verstellt, ey Das ist ein bisschen kacke jetzt Ich kann dann auch nichts locken Ja, okay, die Maus hat sich... Alter, aber das ist wieder zu stark, hab ich das Gefühl Mach ein ganz bisschen runter Ja, wie denn? Von den Einstellungen Warte mal, wo waren das nochmal? Options, äh, Mausempfindlichkeit Genau, da LOL, jetzt hab ich auch so den Selbstmord begangen Scheiße Stehst du grad vor meiner Leiche? Hm-hm What the fuck? Oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer Hier ist ein feindlicher Heli Ja, ich muss doch nochmal ein bisschen Das scheint schon besser zu sein Na, Kumpel Na Boah Unterstütz mich, hilf mir Wo bist du denn? Hier Ich bin Richtung B Ja, ich weiß, ich bin hinter dir Ich kann nicht wiederbeleben Ich lebe noch Ja, wenn Warte Oh Ein Sternheim mit dem Sternheim hier Ah Äh, kommst du zu mir mit dem Buggy? Vielleicht können wir ein bisschen den Heli planten Ja, wenn du mich ans Geschütz lässt, gerne Ja, bis Alter, der ist ja schon fast down, der Buggy Der hat noch 68% Okay, wo ist denn der Heli? Da Warte ich Warte ich, der lag da Ja, ich Oh Boah Raus, 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 raus Da, da, da Hab ihn Kannst wieder reinkommen Ne Der hat noch 39% der Buggy Ja, okay, er verliert dann Ja Wäre ich mal rausgekommen Scheiß Jets, ey Ich komm zu dir Bist du dauernd draufgekommen? Ja, der hat, der hat das Ding zerstört Warte, ich hab wieder einen neuen Buggy Diesmal fahr vorsichtig Ich sagte, wenn ich jemanden sehe, halt an, ne? Halt an! Okay, warte, er ist tot Diesen Meer Hit down Wow Das war dieses große Fahrzeug Ja, die haben da eine ganz gute Posi, wa? Ja, Alter, das ist ehrlich So ein 20 Stück von denen da drum Ja, ich muss mal wieder das Medi-Pack auswählen Ich hab vorhin mit ein bisschen Bisschen mit dem Granatwerfer gespielt Ja, halt die Schnauze Ab zu A Ich geh mal ein bisschen Nein, das kann nicht wahr sein Was? Das kann nicht wahr sein, ey Oh, meine Schwester ist Maximum pisst Maximum pisst Sag das bitte nicht Äh Loll, Mann, das Ding ist down Damn-Track-Ding So, jetzt erstmal schön als Pionier Ah, ne, ne, war das Versorger, war das Ding Ne, Pionier Umgo Ja, schön mit der UMP Oh, Scheiße Ich hab ja zum Glück schon die A91 Komm, Mann, das kommt so gut, Kollege Ja, ha Hm, UMP, sagst du? Die ist ganz nice Ja, Lukas meint das eine Loot-Waffe Lukas, hast du mit dem gezockt? Ne, aber wenn du nach Schule bist, du über Battlefield mit dem gequatschen Was hast du denn Wie seid ihr denn auf die UMP gekommen? Kann, wir haben so ein bisschen über die Waffen gesprochen mit Also verstehst du dich doch ganz gut mit dem? Ja So schlimm ist der nicht, ne? Hab ich doch Oh, Scheiße, ich bin ja gar kein Mäden Loll Alter, wie viel, wie viel Was frisst der Typ denn? Boot Pass auf da Guck mal, wie er auch jetzt als Pionier rumrennt Was für eine Hobe Alter, hier kommen zwei hoch Ja, alter, ich hab das Boot nicht down gekriegt Da ist ein, irgendein Tank Nein, ich wollte, ich wollte gerade auf die RPG wechseln Ja, ich mach den Tank down, hoffe ich Oh, so ein Scheiß, ey Nein Schade, schade, schade Ich spawn bei, oh, wollen wir, wo spawnen wir? Weiß nicht Ah, ich wurde wiederbelebt Also aus irgendeinem Grund auch immer, alter Wow Oh, oh nein Oh mein Gott Wie kann man mich denn hier wiederbeleben? Moritz, hast du Heilung? Nein, das ist nicht Hast du auch die blaue Tarnung an der UMP? Da ist doch einer im Wasser Wo denn? Da hat gerade einer gesch... Da ist gerade einer gerufen Von hinten Hä, wo sind die? Ach, wir wären von der Viper hier Ja Das hab ich jetzt... Oh, alter, wie sie hier alle drauf Gehen, ey Alter Die räumt hier richtig, aber pass auf Nein, da haben wir vorbei Lad nach, lad nach, lad nach Ja Ja, nicht du Ja, ich weiß Aber ich versuche jetzt auch das Ding mal down zu kriegen Nein, schon wieder ganz... Boah, jetzt hab ich schon wieder so ein Scheiß-Schnake hier, man Zumal Boah Verpiss dich, du Fickviech Fickviech? Ja, Fickviech So, jetzt dreht... Warte, jetzt dreht das Ding seine Runde Das triffst du niemals mit der Der RPG, ja Da kommt noch so ein Truppen-Heli Ja, ich bin down von der Viper Ja, ich auch Ich bin down Nimm mal deinen Javelin Ja Javelin, da muss aber ein Sniper das Ding markieren Ja, okay Machst du das? Ja, ich markiere Gefort Sagst du mir, wenn du das Ding markiert hast, ja? Ja, warte Wo ist sie denn? Da Loll Ach, scheiße Ähm Loll Komm schon Alter Hast du? Nein Ich kämpfe gerade gegen drei oder vier Und ich bin down Wo bist du denn? Ja, Mann, ich hab mich da irgendwo hingelegt, ey Loll Boah, fuck, ey Die konnte hier gar nichts ausrichten Nee, ich geh wieder als Pionier rein Ich kann das Ding aber niemand markieren Ach, wir kriegen die auch so noch down Ja, sicher Die UNP hat mir einfach zu wenig Schuss, ey Ja, aber sie ist stark Ja Ich glaube, ich spiele mit der ACDR Dann hole ich jetzt eben mein Igler-Ding Wo ist denn jetzt? Boah Nein, das Alter, das kann nicht Von so einem Sniper? Nee Ja, obwohl Kann sein, dass Ja, war ein Sniper So, wo ist er jetzt? Markierst du das Teil? Nee Ich hab, ähm So eine Luftabwehr-Rakete Die müsstest du auch haben Ja, aber die visiert doch nicht an, oder? Ja, die Igler Ach ja, hier Alter, wir räumten hier gerade unser Haus so auseinander Nee Der nicht Von der anderen Seite Kriege Schaden Hier ist die Viper Oh, lol Ich konnte nicht mehr abdrücken Da hat sie mich Da hat sie mich schon down gemacht Jetzt Der landet und repariert das Teil Nein, er ist drauf Er ist draufgegangen, glaub ich Nein, ist er nicht Ah, was für ein Spacko Ja, aber wieso kann ich dem nicht beitreten? Doch, jetzt Der repariert das Teil, ne? Ja, ich weiß Da ist sie wieder Du musst auch Wir müssen gleichzeitig, dann wird das was Boah, wenn er sofort auf mich ballert Ich hab Ich hab ihm, glaub ich, einen reingedrückt Weißt du, was der für ein Score hat? Na? 25-2 Ja, der kann's doch anscheinend Okay, warte Du nimmst jetzt nochmal deinen Javelin Ja Okay Weil das Ding macht Es ist viel Es ist viel Stärker Wow Sie ist markiert Nein Wo ist das Ding? Ich krieg Schaden Alter Wo ist denn das Ding? Das kann nicht Ich wurde von dem, äh, hier Von dem Dings Oh, das kann nicht Warte Von dem Schiff, ne? Ja, genau Von dem Schiff Da sitzt Da liegt einer mit einer Sniper Warte, ich suche mir jetzt nochmal neun Punkt Wo ich das Teil aufstelle Das ist so flame Ja Und dann versuche ich nochmal zu blockieren Okay SK, es ist richtig heftig, Mann Wo ist sie denn? Ist sie jetzt down? Nee Die ist hier direkt Nee, das ist eine freundliche Pieper Ich wurde gemessert Ich weiß aber, wo du warst Ja Ja, weiß ich Oh Oh, ich geb's auf Warte Ja, ich geh jetzt als Sniper 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 Ja, aber ich hab keine, äh Javelin Lol Hatte ich gerade mal ein Standbild, Freunde So Freunde Freunde des Lebens Egal, ich sniper hier gerne Ich hab keine Ich hab keine Ich hab keine Verwissen BAM LOL Bei der Igla ist das so geil, ne Wenn die Rakete abschießt Man fliegt erst einmal so nach oben Das ist bei der Javelin Nein, bei der Igla auch Da hab ich so'n dummes Nachtsichtvisier Da muss der fucking Jet in den Händen fliegt zu mir Jetzt ist er zu weit weg, ey Erkennst du kaum was? AHHHHH Komm schon, Alter, die Rakete fliegt dem Jet hinterher und BAM Ey, Moritz, ich hab'n Dings, ich hab'n Buggy Ja, gleich LOL, diesen Gegner Wo? Hier Bist du bei mir in der Nähe? Da unten Ist der down? Da ist noch einer Ich brauch'n anderes Visier Oder ich spiel' einfach wieder Ja Und wieder schön einen auf die Viper rauf Kann ja gucken, was hier schon markiert ist Und noch einen in die Viper Ja, heißt nicht, dass das Ding trifft Abgelenkt Alter Auf mich wird von sonst wo gesnipert, ey Ja Wo? Wo? Aber hier unten ist doch ein Fußsoldat Hier ist ein Buggy Hier ist ein Pionier auch Ja, komm in ein Buggy rein, ey Ja Wir rushen jetzt zu B Und ich hab'n nicht mal nachgeladen Da, bleib stehen Bleib stehen, bleib stehen Sofort Okay, weiter Warte, bleib stehen Ich hol' dich bei Viper Kriegst du nicht Da wird schon auf uns geschossen Warte, bleib, bleib, bleib stehen Kurz Machst du Nein, ich wurde rausgesniped Oh, fuck Christoph, ich spawn wieder hier Okay, du bist draußen Nein Fuck Und ich hab's auf dem Video Ja, ich auch Wie der umgebracht wurde Ah, scheiße, ey Der kam auf einmal so schnell an die Ecke Was ist du denn? Warte, ich geh in den Heli rein Schön Oh, ich bin am GMG, ey Oh, geil Könnt ihr schwimmen? Hier ist einer Okay, soll ich das machen? Oh nein, ich wirf's euch Das einzige, was ich schaffe, abzusnipen Den find ich nie Boah, Alter Boah, ich kann so nicht schießen, Kollege Ich hab auch keinen Timer gestellt Für die Runde Warum nicht? Viel, bis die Schlacht vorbei ist Das dauert aber noch Na, das dauert nicht mal Aber die dann zu rennen und hochzuladen, ne? Ja Das geht nicht gut Vielleicht sind wir da down Alter Kann ich die Position wechseln? Ich will die Position wechseln Äh, in welchem Heli? Ja, der ist grad down In den großen, äh Der ist grad down Komm schon! Äh, ja Ich muss den Pionier mal ein bisschen leveln, ne? Hm Ich muss den mal den Ich glaub ich mal bei seiner Runde Ich geb nochmal einen kleinen Schuss auf die Viper ab Weiß nicht, ob er trifft, aber Warum keinen großen? Lol Von wo denn bitte? Ja, das war's Oh, Leute Oh, wie ich den nicht gesehen hab, ey Verlieren wir grad, oder sind wir am Gewinn? Boah, ich muss mal einen Schub trinken Wir ver- ne, wir gewinnen Warum kann ich hier kennen? Äh, warum kann ich hier kennen? Oh, anscheinend Ach, das ist- ich bin in unserer Base gespawnt Dumme Schein Du wirst ein echter King, Jonas Weißt du, was ich cool finden würde? Ohne Base, ne? Bei solchen Runden Auch ohne Base Ey Würde sich der Schlachtfeld immer so umändern Oh, alter Bleib ruhig Ja, ist grad kacke, ey Ruhig Guck dir mal meine KD an 4 zu 14 Ruhig Außer sich in ihrer Ecke zu campen Oh, das ist ein Tank Sagt mir das Ohne Kann ich mit dem Tank auch auf die Dings? Äh, mit der Igler Was? Und der Tank's down Ist der Typ noch ausgestiegen? Nö Boah, jetzt könnt ihr ja theoretisch den feindlichen Tank reparieren, ne? Den feindlichen? Geht das? Nein Ja, so einen kaputten Tank Dafür kriegst du keine Punkte Ja, einen kaputten, zerstörten Tank Den kann ich nicht mehr reparieren, ne? Nein Bullshit Von hier aus könnte Anders den komplett für den Arsch ist nicht Von hier aus könnte man geil snipen Boah, Mann Fuck Mann, alter Das kann doch nicht wahr sein Was ist denn hier grad falsch, ey? Loll Wer hat hier noch einen Mörser? Ich soll davon Wozu bist du? Ich komme Pango Alter, liegst du da auf dem Haar, du wurdest weggesnipet Nein, gemörsert Oh Gott, was für eine Scheißrunde, ne? Was für eine Runde Naja, vielleicht eigentlich ganz okay, aber Ja, halt die Fresse 4 zu 16, guck dir das an Ja gut, Leute Macht's gut, bis dahin Ciao 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 Ciao